Mädel-Leute, Serplin hier. Heute geht's mal darum, dass Nintendo Switch Online einfach nur noch shit ist. Also ich sag's mal so, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Nintendo Switch Online einfach nur SNES und NES-Emulationen mit ein paar Online-Features, wo eigentlich absolut beschissene Server laufen. Die machen mittlerweile über 10 Millionen pro Monat durch Nintendo Switch Online und trotzdem schaffen sie es ja nicht mal irgendwie Mario Kart richtig zum Laufen zu bringen oder Smash. Es ist halt einfach traurig. Stellt euch vor, ihr macht 10 Millionen US-Dollar nur dafür, dass ihr einen Service anbietet und ihr nicht verbessert. Gott, das ist halt einfach traurig und auch an diesem Punkt. Wie schissen einfach mit Nintendo Switch Online. Es bietet halt neben dem Online-Aspekt für einige Spiele auch irgendwie nix besseres. Ja, du kannst jetzt NES und SNES Spiele spielen, so. Es ist halt absolut sinnlos, so. Eigentlich wurde ja quasi mal ein Gamecube und N64-Emulator und so gemacht für das Switch allerdings. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Einzige, was damit gemacht wurde, einfach fucking nochmal die All-Stars-Collection von, naja, den 3D-Spielen von Sport Mario, wo nicht mal Galaxy 2 drinne war, also. Keine Ahnung, Nintendo Switch Online lohnt sich mittlerweile absolut nicht mehr. Ich kann's euch nicht empfehlen, euch das nicht zu kaufen. Ich mein, klar, es ist wenigstens billiger als die Konkurrenz. Allerdings ist es halt immer noch 20 Euro im Jahr, was halt immer noch Geld ist, was da einfach quasi wegschmeißt. Ich bin ehrlich, es lohnt sich absolut nicht so. Solange ihr nicht unbedingt irgendwie es braucht, um online zu spielen, spielt auf irgendwas anderem, da lohnt sich's mehr. Bei Xbox und Playstation kriegt ihr wenigstens fucking nochmal Gratis-Spiele dazu. Beim PC müsst ihr überhaupt nicht viel bezahlen. Haltet euch einfach fern von Nintendo Switch Online und so. Ich sag's mal, wie's ist. Es lohnt sich nicht. Naja, danke fürs Zuhören. Denkt dran, du bist cool. Nö, bleibt toxisch. Der deslaget mich, der abonniert mich. Enden mit die verfickte Glocke und jetzt. Oder vom Rasen, ihr Huren-Sinne. Ja. Ja. Jo. Bis zum nächsten Mal.